liebt er mich noch das ist eine der ich sag mal ganz häufigen fragen die menschen mir im coaching stellen liebt er mich noch mein beziehungstipp der woche heute hier jetzt live für dich mein name ist andrea holthaus ich bin trauma und beziehungscoach und liebes menschen dabei zu unterstützen wirklich gute beziehungen zu kreieren wenn mich jemand im coaching fragt hey andrea sag mal ich bin mir echt unsicher ob er mich noch liebt dann frage ich immer als allererstes wie kommst du darauf dass er dich nicht mehr lieben könnte woher kommt dein misstraum und dann ist es manchmal sehr spannend dann kommt ja da ist er ist er mir aus dem kontakt gegangen oder irgendwie hat er sich verändert er hat sich zurückgezogen oder ich habe gemerkt das und das und das und wenn ich dann genauer nachfrage dann merke ich dass das irgendwelche argumente sind die aber häufig einen tieferen kern haben und wenn ich dann weiter gehe dann stelle ich manchmal gerne die frage wie sehr liebst du dich noch also er ein bisschen die frage umdrehen wie sehr lieb ich mich noch wenn ich merke dass ich mit mir gerade nicht gut verbunden bin dass ich mich gerade vielleicht nicht toll finde dass ich mich gerade nicht attraktiv finde dass ich mich gerade nicht vielleicht sehr liebenswert finde genau dann fange ich nämlich an zu zweifeln ob mein partner mich vielleicht noch liebt es ist manchmal gar nicht dass beim anderen irgendwas sich verändert sondern meistens hat sich in mir was verändert nämlich ich bin an irgendeiner stelle vielleicht unsicherer geworden ich habe irgendwie struggle mit mir ich bin vielleicht irgendwie durch irgendwas irritiert worden in meinem eigenen verhalten mir gegenüber und das ist dann häufig so dass es tatsächlich im außen sich spiegelt und dann denke ich mein partner hat sich verändert mein partner hat sich zurückgezogen und vielleicht stimmt mit uns was nicht und dann stelle ich diese frage hey liebt der mich eigentlich überhaupt noch und ich will dir gerne einfach mal drei ganz banale tipps mit an die hand geben wo du selber noch mal ein bisschen überprüfen kannst ob du dir vielleicht doch wieder selber sicherer wirst und sagst hey nein mit uns ist wirklich alles in ordnung die erste frage die du dir wirklich angucken kannst ist wie verhält er sich was so eine gemeinsame zukunftsplanung angeht ist er mit dir bereit überhaupt mal über die zukunft nachzudenken und zukunftsplanung ist jetzt nicht sofort haus bauen heiraten kinder kriegen sondern zukunft heißt auch hey nächste woche vielleicht mal ins kino gehen oder vielleicht wollen wir mal eine kleine reise zusammen machen oder wir wir planen irgendwas schönes für unseren alltag um uns zwischendurch mal zu überraschen also hat er überhaupt ideen mit dir zukunftsorientiert zu gucken das heißt nicht dass er sich sofort festlegt und sagt ja hey das machen wir jetzt und so auf jeden fall ich kümmere mich darum und da geht die reise hin sondern das heißt erstmal nur einfach so ist er dabei ist er dabei mit dir weiter zu gucken weil das würde er nicht wenn er kein interesse an dir hätte und das kommt da auch schon gleich quasi kommt schon der zweite punkt dazu ist nämlich verbringt ihr zeit miteinander die qualitativ wertvoll ist es geht nicht immer unbedingt darum viel zeit miteinander zu verbringen es geht um qualitative zeit und wie verbringt ihr diese zeit miteinander was macht ihr in der zeit wo ihr miteinander seid wenn da jeder an seinem handy diddelt und irgendwie wo ganz anders unterwegs ist das ist nicht wirkliche nähe herstellen das ist nicht wirkliches interesse aneinander aber wenn ihr wirklich miteinander zusammen seid und euch wirklich hinsetzt und sagt hey schatz erzähl mal wo bist du gerade womit beschäftigst du dich magst du mir erzählen wie dein tag war magst du mir erzählen was dich gerade bedrückt was dich vielleicht aber auch gerade erfreut worüber machst du dir sorgen gibt es was wo ich dich unterstützen kann also wie sehr hat er wirkliches interesse an dir und wie viel quality time verbringt er zusammen wenn das alles da ist ist alles gut wenn du merkst er versucht sich immer mehr quasi rauszuschleichen er verbringt definitiv faktisch weniger zeit mit dir oder ist immer wenn er mit dir zusammen ist mit seinen gedanken eigentlich wirklich ganz woanders beschäftigt sich mehr mit anderen leuten ist mehr mit seinen lieber mit seinen freunden unterwegs oder eigentlich mit jedem anderen lieber zusammen als mit dir dann klar ist diese frage hey sag mal wie stehen wir gerade noch zueinander sicherlich auch berechtigt aber solange das nicht ist glaube ich kann man erstmal sagen hey mit liebe glaube ich ist erstmal alles okay der dritte aspekt ist such dir emotional und körperlich deine nähe in einer guten partnerschaft finde ich darf man emotional und körperlich gerne den anderen berühren anfassen miteinander sein das heißt nicht dass ich den ganzen tag händchen halten und knutschend auf dem sofa sitzen muss oder durch die stadt gehen muss oder sonst was sondern es geht eher um diese emotionale verbindlichkeit wie sehr fühle ich mich wirklich mit dir verbunden wie sehr bin ich wirklich da bin ich präsent wie sehr nehme ich dich gerne in den arm wie sehr mag ich es einfach mit dir zu kuscheln wie sehr habe ich gerne sex mit dir wie gut ist unser sex also diese sachen gehören für mich dazu und wenn du merkst hey ja nein stimmt er ist da er nimmt mich in den arm er nimmt meine hand er sucht von sich aus wirklich die nähe alles okay na wenn du merkst hey okay wir haben jetzt schon eine woche drei wochen zehn wochen nicht mehr miteinander geschlafen okay das war vorher anders dann mal nachzufragen macht natürlich sinn und es hat vielleicht gar nichts damit zu tun dass er dich nicht mehr liebt oder dich nicht mehr attraktiv findet vielleicht hat er Stress vielleicht hat er irgendwie Sorgen vielleicht bedrückt ihn irgendwas aber dann wäre halt die Frage hey Schatz ich wünsche mir dass wir wieder mehr auch körperlich zusammenkommen ich wünsche mir dass wir wieder auch mehr vielleicht miteinander ja auch schlafen formulier deine Wünsche als ich Botschaften sowieso immer egal um was es geht ich Botschaften ist immer total wichtig also ich wünsche mir das und dann frag ihn einfach aber diese Frage immer wieder liebst du mich noch? hast du mich noch lieb? das zeigt eigentlich nur dass du in dir unsicher bist und meistens hat es was mit dir zu tun von daher überprüf sehr genau fragst du dich eigentlich noch ob du dich noch liebst bist du mit dir gut verbunden überprüf das erstmal bevor du den anderen fragst ob er dich noch liebt und wenn du das mehrfach fragst und wenn du immer wieder in dieser Unsicherheit bist kann ich dir sagen ist das sehr anstrengend dann ist es sehr unsexy und das führt nicht dazu dass jemand super gerne Zeit mit dir verbringt weil er dann immer das Gefühl hat er muss dir beweisen dass er dich noch liebt also falls du jemand bist der wirklich häufiger diese Frage stellt oder häufiger in dieses Misstrauen kommt sich zu fragen hey liebst du mich noch oder liebt mein Partner nicht noch dann lass uns mal gemeinsam gucken was hat es mit deiner Selbstliebe zu tun was hat es mit dir zu tun warum bist du so unsicher warum bist du so misstrauisch weil das ist dein Ding und oftmals kann der Partner machen was er will es wird nicht reichen er kann dir vielleicht 20 mal am Tag sagen dass er dich liebt und dann wird es 21 mal dann wird es beim 21 mal immer noch zu wenig sein der andere muss es nicht ständig beweisen das ist so ein Vertrauensding und es ist einfach so hey ich gehe davon aus dass du mich liebst weil ich bin das Beste was dir heute passieren kann und wenn das in dir stimmig ist dann kommt es auch beim anderen an ganz ganz sicher wenn du sagst hey ich weiß manchmal tatsächlich einfach gar nicht ich weiß auch nicht warum ich so unsicher bin ich weiß gar nicht warum mir das so schwer fällt dem anderen zu vertrauen und ich merke dass ich immer wieder struggle dass ich immer wieder in dieses Misstrauen komme dann lass uns einmal gemeinsam in einem ganz kleinen kostenlosen Telefonat gucken was kann dahinter stecken und kann ich dich vielleicht dabei unterstützen dass du das ausräumen kannst und dass du wirklich in dieses Gefühl kommst von ich bin das Beste was dir heute passieren kann und ich bin sicher dass sich deine Beziehungen verändern und es lebt sich einfach viel mehr also es lebt sich schöner aus diesem Gefühl heraus ich weiß dass er mich liebt und ich muss das nicht in Frage stellen ich hoffe das hilft dir ein bisschen mit deiner Beziehung auch mit dir selber weiter wenn dir das Video gefällt abonnier gerne meinen Kanal damit du einfach auch meine regelmäßigen Beziehungstipps in der Woche nicht verpasst du kannst mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen freue ich mich sehr drüber und ja vielleicht sehen wir uns beim nächsten Beziehungstipp der Woche wieder hab einen schönen Tag und vor allen Dingen eine gute Beziehung Ciao Ciao